Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 7 und zum Thema JUnit Tests. Wenn Sie JUnit Tests verwenden wollen, dann müssen Sie die entsprechende Funktionalität aus der Java Standard Bibliothek natürlich importieren. Hier sehen Sie so das Muster. Sie werden sich die einzelnen Details in der JUnit Dokumentation anschauen, um zu sehen, welche Funktionalität, also welche Klassen sowie unten oder welche Methoden sowie oben Sie konkret jetzt für Ihre Zwecke importieren wollen. Aber so ungefähr sieht eben das Muster aus. Daran können Sie sich orientieren. Wir schauen uns das nur an einem kleinen oberflächlichen Beispiel an, das wir nicht wirklich implementieren, sondern nur andeuten. Eine Klasse TextCalculator soll gegeben sein, haben wir vielleicht selber implementiert, die einfach die Steuern berechnen soll für Steuerpflichtige. Und diese Klasse TextCalculator, dass deren Methoden alle korrekt funktionieren, das wollen wir mit JUnit Test testen. Diese Klasse TextCalculator nehmen wir an, dass die in dem Package ist, was Sie da oben sehen. Und separat in einer eigenen Datei schreiben wir dann die JUnit Tests. Diese Datei sehen Sie hier jetzt geöffnet. Also importieren die Funktionalität, die getestet werden soll, ganz oben. Und dann schreiben wir eine Klasse, die diese Tests durchführen soll. Da TextCalculator getestet werden soll, bietet es Sie an, diese Klasse dann TextCalculator Test zu nennen. Sprechende Namen wieder. Und durch Import der entsprechenden Funktionalitäten haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel hier eine Methode in diese Klasse TextCalculator Test zu schreiben, die getaggt ist mit Test. Das heißt, jeder einzelne dieser Methoden ist für sich genommen dann ein JUnit Test. Und die werden, wenn Sie JUnit laufen lassen, die werden dann alle durchgelaufen. Und je nachdem, wenn alle Assertions korrekt sind, wenn alle durchgehen, dann gibt es eben keine Fehlermeldung. Und ansonsten für jedes Assert, das nicht durchgeht, gibt es eine entsprechende Fehlermeldung. Dieser JUnit Test ist dann fehlgeschlagen, hat nicht funktioniert. Und Sie sehen hier ein einfaches Beispiel dazu. Das ist sehr ähnlich zu dem, was Sie schon in Racket hier bei uns gesehen haben mit CheckExpect. Hat zwei Parameter und der Test schlägt fehl, wenn diese beiden Parameter unterschiedliche Werte haben. Also was konkret in diesem Beispiel hier getestet wird, ist, wir haben irgendwie anders, zum Beispiel per Hand berechnet, wie viel Steuern diese Person John Dow zahlen soll. Haben dabei vielleicht 1.234,56 Dollar oder meinetwegen auch Euro rausbekommen. Ist natürlich egal, in welcher Währung das Beispiel ist. Muss halt nur konsistent sein, alles in derselben Währung. Und dann tragen wir einfach als ersten Parameter die von uns heraus bekommene Zahl ein. Und als zweiten Parameter der Aufruf, der das eigentlich berechnen soll. Und wenn die beiden unterschiedlich sind, diese beiden Werte, und der Test fehlschlägt, dann können wir uns überlegen, ob wir händisch den Steuerbetrag falsch berechnet haben oder ob diese Methode Calculate das falsch gerechnet hat. Es gibt noch eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, sicherzustellen, dass die zu testende Funktionalität Textcalculator immer in dem Zustand ist, in dem sie getestet werden soll. Vor jedem Test wird dann diese Methode aufgerufen. In dem konkreten Beispiel abgefragt, ob der Textcalculator jetzt bereit ist. Und wenn er nicht bereit ist für die Funktionalitäten, die getestet werden sollen, dann soll eben hier schon der Fehler passieren. Das ist sinnvoll, damit nicht erst im Test der Fehler passiert. Wenn es daran liegt, dass der Textcalculator noch nicht bereit ist, wenn das der Grund ist, warum JUnit-Tests fehlschlagen, dann ist es natürlich viel besser für ihre Fehlersuche, wenn schon hier in dieser Methode der Fehler auftritt und sehr präzise auftritt, nämlich, dass das isReadyFalse ist. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Möglichkeiten, was Sie mit JUnit-Tests einfach machen können. BeforeEach ist das ein Beispiel, das wir hier repräsentativ für viele andere einfach mal herausgegriffen haben. Dann noch eine Funktionalität ähnlich zu dem CheckError, was Sie aus Racket kennen, nämlich, dieser JUnit-Test gelingt, wenn tatsächlich eine Exception geworfen wird in einer Situation, in der genau diese Exception-Klasse geworfen werden soll. Also, wenn eine Exception von dieser Klasse oder von einem Subtyp dieser Klasse geworfen wird. Und wir schauen uns das jetzt gar nicht so genau an, weil das enthält schon einige Dinge, die wir hier an dieser Stelle nicht so richtig verstehen können, sondern das, was Sie hier sehen, das können Sie dann als Muster hernehmen, um es dann in Ihre Situation anzupassen. Und wir besprechen das jetzt hier nur so weit, wie es notwendig ist, dass Sie das Muster dann eben in anderen Situationen, in Ihren konkreten Testsituationen anwenden können. Sie sehen, die zu impitierende Methode ist AssertThrows. Das ist soweit noch so gut. Sie müssen dann den Namen der Exception-Klasse angeben, die Sie testen wollen. Und aus Gründen, die wir hier nicht näher besprechen können, müssen Sie dann noch Punkt Klaas dahinter schreiben. Und danach, am einfachsten als Lambda-Ausdruck, schreiben Sie dann hier die Methode hinein, die Sie testen wollen. Und das ist hier jetzt nur beispielhaft. Hier würden Sie die Methode einsetzen, die Sie testen wollen. Und wie man Methoden als Lambda-Ausdrücke, Methodenaufruf als Lambda-Ausdrücke formulieren kann, das haben Sie im Kapitel zu Lambda-Ausdrücken gesehen. Allah-Ausdrücken Vielen Dank.